Aus dem, was er dort sieht, versucht er eine Antwort zu generieren. Das ist die Hybris, dass das, was er mit seinem Intellekt nicht erfassen kann, dass er das dann erfassen kann, wenn er es kaputt macht. Er kann nicht loslassen. Er muss ganz dicht dran. Viele Dinge aber werden einem dann zuteil, wenn man Abstand nimmt und nicht mehr intellektuell nachfragt, sondern versucht mit dem Herzen zu sehen. Da sind wir bei Exupery, weil die wesentlichen Dinge sind für das Auge unsichtbar. Das ist auch das, was Lyrik leisten kann. Das ist auch das, was Musik leisten kann. Dass wir das, was sich um uns herum ereignet, mit einer ganz anderen Sprache beschreiben. Ich glaube, alle Dinge, alle Ereignisse senden irgendetwas aus. Und in dem Moment, wo man stirbt, wird einem das alles klar und man hat ein Lächeln auf dem Gesicht und denkt, Alter, das war schon gut gemacht.